Wir leben in einem goldenen Zeitalter der Astronomie, schwärmt der Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. In den letzten 10 Jahren ging die Hälfte aller Physik-Nobelpreise an die Astronomie für fundamentale Entdeckungen. Auch in diesem Jahr wird Europas Weg ins All rasant. Erkundungsflügel zum Mond. Das James-Webb-Weltraumteleskop verspricht Spektakuläres und allen voran die Mission zum Mars. Gibt es Leben auf dem Mars? Das soll eine der größten Missionen der Europäischen Raumfahrtagentur dieses Jahres in Erfahrung bringen. Ein erstes eigenes europäisches Erkundungsfahrzeug soll in Zusammenarbeit mit Russland auf den Mars gebracht werden, mit einem integrierten Labor. Wir schicken einen Rover auf die Mars-Oberfläche, analysieren, was befindet sich unter der Oberfläche, mit einem Bohrer, der in den Boden bohrt und eine Probe nimmt und sie dort analysiert. Das ist einfach faszinierend. Der Start der Mission wird vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt kontrolliert. Auch an einer unbemannten Mondmission der amerikanischen NASA dieses Jahr ist die ESA beteiligt. Und mit der Italienerin Samantha Christofferetti wird zum ersten Mal eine europäische Astronautin Kommandantin der Internationalen Raumstation. Perspektivisch stellt sich für die ESA die Frage, wie sich Europa zukünftig im All aufstellt. Während die Europäer bei Themen wie der Erdbeobachtung im weltweiten Vergleich vorne sind, liegen sie bei der Erkundung des Weltraums zurück. Es kann nicht sein, dass Europa diesen zukünftigen Raum, den Mond, den Weltraum insgesamt, nicht nutzt und hier nicht dabei ist. Welche Prioritäten Europa im Weltall setzen will, soll auf politischer Ebene bei einem EU-Weltraumgipfel im Februar diskutiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017